Vom fünffältigen Dienst zum einfältigen Dienst der Pastoren Das biblische Ideal einer Gemeinde ist der fünffältige Dienst, wobei einige Dienste in der Gemeinde und einige Dienste übergemeindlich waren. Als im Jahr 300 das Christentum Staatsreligium wurde und die katholische Kirche das Christentum gekapert hat, wurde der einfältige Dienst installiert. Wie böse die katholische Kirche war, konnte man daran erkennen, dass dem Volk die Bibel vorenthalten wurde, dass die Predigt nur auf Latein gehalten wurde, dass nur Priester das Abendmahl ausgeben, Predigten halten und Menschen taufen durften. Die Gläubigen wurden verfolgt. Die Religion trat an die Stelle des Glaubens an Gott. Als dann die Reformation kam, änderte sich einiges. Die Bibel wurden frei verfügbar und es wurde auf Deutsch gepredigt. Aber es war den Gläubigen weiterhin verboten, zu predigen, das Abendmahl zu feiern und Menschen zu taufen. Die Täufer folgten Jesus und der Wahrheit und wurden verfolgt. Die Art und Weise, wie mit rechtschaffenden Täufern umgegangen wurde, und zwar sowohl von den Katholiken als auch von den Evangelischen, offenbart, dass sie immer noch die Kirche für sich gekapert hatten und aus diesem Recht ihren Machtanspruch ableiteten. Beide Staatskirchen verwalteten den Glauben an Gott, anstatt ihm zu leben. In immer neuen Wellen der Heiligung entstanden immer neue Freikirchen, die zunächst verfolgt und irgendwann toleriert und akzeptiert wurden. Satan endete nun seine Strategie. Aus Verfolgung wurde Umarmung. Die Freikirchen wurden in der Ökumene eingewickelt, um den Sektenverdacht loszuwerden. Dass sie mit der Ökumene auch ihr Erbe der Täufer über Bord warfen, haben die wenigsten Freikirchen begriffen. Wofür sind die Täufer gestorben, wenn heute jeder taufen kann, wie er will? Und was ist die Folge dessen, dass man nicht mehr Lüge auch Lüge nennt? Die Lüge wird toleriert und irgendwann geglaubt. Eine Lüge, der man nicht die Wahrheit gegenüberstellt, kriecht in die eigene Freikirche und zerstört die Liebe zur Wahrheit. Die Freikirchen haben auch den einfältigen Dienst der Staatskirchen übernommen. Zu guter Letzt haben sie sogar die pastorale Ausbildung denen der Staatskirchen angepasst. Gott will den fünffältigen Dienst wiederherstellen. Aber über allen Funktionen des fünffältigen Dienstes steht die Bereitschaft, sich von Gott ausbilden zu lassen. Die Ausbildung erfolgt nicht an Universitäten, sondern im Kämmerlein. Gott beruft Apostel, Evangelisten, Hirten, Lehrer und Propheten. Wir werden in der Bibel vor Wölfen in Schafspelzen gewarnt und viele, die heute etwas vorgeben zu sein, müssen wir prüfen. Wer als Prophet die Ökumene nicht als teuflisch erkennt und mit der katholischen und evangelischen Kirche zusammenarbeitet, der kennt Gott nicht. Wer als Lehrer nicht die Gotteslästerung der historisch-kritischen Methode erkennt, der kennt nicht Gottes Heiligkeit und sollte kein Lehrer sein. Wer als Evangelist nicht fast nur Buße und Heiligung predigt, der folgt Menschenfurcht und Menschengefälligkeit statt Jesus. Wer als Hirte nicht bereit ist, Messerscharfen Rat zu geben, der Geist und Seele trennt, der sollte lieber Schafe hüten. Wer als Apostel nicht weiß, dass das Kirchsystem längst untergegangen ist und Gott sich eine neue Braut sucht, der baut das Haus ohne Gott. Der fünffältige Dienst wird wieder errichtet, aber er kommt nicht in den Spuren der bestehenden Hure. Er kommt von außen und gibt sich durch die Furcht des Herrn, durch die Liebe zur Wahrheit, durch Heiligung und eine scharfe Botschaft zur Nachfolge Jesu zu erkennen. Er wird wieder errichtet, durch die Liebe zur Nachfolge Jesu zu errichtet, durch die Liebe zur Nachfolge Jesu zu errichtet.